Ich bin ein stolzes Huhn und hab so viel zu tun. Ich lege jeden Tag ein Ei und sonntags sogar drei, 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 drei. Auf einem kleinen Hühnerhof, da schauten alle Hühner doof, als eines Tages, kurz vor Ostern, der Hahn anfing sich aufzuplustern. Und mit dem ersten Kikiriki schrie er, Ich flieg jetzt oder nie von hier glatt bis nach Feuerland. Und was ich seh, bin ich gespannt. Ich will es endlich einmal wissen, kräht er weiter sehr verbissen, ob wirklich Hasen, Eier legen auf allen unseren Hühnerwegen und ob man Ostern anders feiert, bei Nandu, Turkey oder Geier. Die Hühner stehen alle steil, kein Ton zu Höhe, ganz entsetzt. Der Hahn erklärt, ich mach es wahr und ist auch gleich darauf entletzt. Man hört nur noch sein Kikiriki. Die Hennen gackern, das schafft er nie. Und ratschen lauthals unerhört. Sein Lieblingshuhn ist ganz verstört. Und bei dem ganzen Wegeschrei legt sie statt einem Ei gleich zwei. Ciao Warmth bei